In diesem Video. Wow, das war ja kacke. Klar seid ihr alle eingeladen, sehr schön. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Dann sind sie am unterhaltendsten. Stellt euch vor, alles würde rund laufen. Das wäre doch auch langweilig, oder? Richtig. Ja, ich bin... Ja, bin ich. Danke auf jeden Fall, dass du kommentiert hast. Nikolaus, gar kein Ding. Gar kein Ding. Ich fand das Bild lustig. Ich verstehe nicht, obwohl ich ihn nicht finde, obwohl du mein Freund bist. Das geht doch nicht. Check. Ah, Peter. Mein Mann, mein Mann. Okay, let's go. Jetzt können wir endlich mal eine Runde spielen. Oh, Scheiger müsst ihr auch nehmen. Finden wir Gegner? Finden wir Gegner. Das ist die Frage aller Fragen. Hast du eigentlich Jackbox immer noch nicht? Sind das irgendwelche Stream-Zuschauer? Das wäre ja so lustig. Nice, Investitionen in sinnvolle Dinge. Die Mieter, ich investiere immer in sinnvolle Dinge hier. Mit meinem YouTube-Geld. Und David Fan, schön, dass du hier bist. Lucario, willkommen im Stream. Hi. Oh, er hätte das Spiel verlassen als ob. Okay. Das geht doch nicht. Ja, weiter geht's. Chris, uff, das leckt gerade mega. Äh, was genau? Ne, ein Wriggler. Wenn es den nicht gibt, hack das Spielprogrammieren die selber. Vielleicht muss ich mir so ein Mod oder Hack runterladen. Mal gucken. Mal gucken, ob ihr Gegner... Ich schau mal ganz kurz in meiner Küche nach. Äh. Achtung, jetzt mach ich hier coole Moves. Achtung. Oh, ich schwe... Ich glaube, er spukt, echt. Ich glaube, er spukt, Freunde. Ich höre ganz... Tyler, Tyler! Und runterkommt C39, was geht? Schön, dass ihr wisst. Einbrecher? Ne, ich glaub's. Loll! Ha, ha! Boah, Peter! Du Maschine! Ja, wie habe ich Hubi kennengelernt, Freunde? Die Frage aller Fragen. Wir waren, äh, im Club. Ich habe gesagt, Mashallah. Ich bin einfach der Hübsche. Oh, ich... So! 30-0! Vielleicht gewinnt man von mir. Einbrecher... Einbrecher on Stream LP. Man kennt's, oder? Oh! Ich habe die Steuerung schon wieder vergessen. Ich hab... Peter, es tut mir leid. Es tut mir leid. Kein Problem. Kacke! Das war mein Fehler. Das Stream buffert ziemlich oft. Das hatte ich auch schon öfter. Lack an der extrem niedrigen Latenz-Einstellung. Hä, aber ist das bei allen so, dass das Stream lag? Ist so. Peter ist am Rasieren. Ich glaube, ich habe einen richtigen Tennis-Brow neben mir. Sandra, schön, dass ihr hier wisst. Oh! Oh! Lupfer nennt man das. Lupfer! Vielleicht sind das Heinzelmännchen. Was sind denn Heinzelmännchen? Boah, das läuft ja easy, Alter. Gar kein... Gar kein Problem. Aber kein Problem. Aber kein Problem. Denn ich kann das regeln ganz normal in meiner Gegend, mein Sohn. Was ist geschehen, mein Sohn? Was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, Geld zum Maso, wollt dein Sohn doch nehmen. Wenn man Apache auf Wish bestellt, Freunde. Hab bei mir gerade übel gelegt. Okay. Ne, ne, das ist zwangsläufig dann bei allen so. Echt? Okay. Naja, ähm... Warum bekommt es YouTube eigentlich nicht hin? Ich muss weg. Alter! Warum haben die nur noch... Jetzt habe ich verkackt. Das tut mir leid. Was hast du gegen meine Ohren, Umlauttyp? Es tut mir leid. Ich hafte nicht für Schäden. Oh, was? Wie haben die uns denn jetzt so schnell rasiert? Apache übernimmt einen Stream. Ich glaube auch. Apache, wir kommen einen Stream. Wie hast du... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Look at that butt. Okay, let's go, Freunde. Oh, er hat verkackt. Er hat verkackt. Komm, Peter. Wir schaffen das. Bob, der Boulder. Splat Tinti. Moin. Moin nochmal. Apache ist nice, aber diese Google-Stimme spricht Toad Apache. Warte, was? Was für Schwitzer. Absolut. Lisa, bis gleich. Oh mein Gott. Ich hab... Oh! Ich muss weg. Okay, Freunde. Es wird spannender gemacht, als man denkt. Cooler Typ. Was geht? David Minage. Ja, richtig. Hat Nicki Minage eigentlich schon ihr Kind bekommen? Nee, ging die Minage verschwanger, oder? Ich glaub schon. Alter, warum waren die denn grad so am Rasieren? Young Alpha ist hinter dir. Ein Glück nicht. Bam. Nein. Okay, Freunde. Es ist ein spannendes Match. Und Peter haut den Ball in die andere Hecke hinaus. Äh, Hecke. In die andere Hecke hinaus, sodass Knochen-Bowser nur noch hinterher schauen kann. Ah, Kacke. Wir hätten diesen Turbo-Schlag machen können, oder? Oh mein Gott. Das ist so spannend. Ich tue... Eigentlich ist das Game. Hu, hu, hu. Missing No. Lol. Was geht? Es weiß jeder, dass es Apache heißt. Safe. So. Jetzt kommt ein Turbo-Mobo-Schlag. Yoshi holt mal seine Flügel raus. Auf dieser ganz anderen Basis. In diese Ecke möchte ich hinein. Ha! Ist das so ein Spiel, Satz und Sieg? Ist das ein Spiel, Satz und Sieg? Definitiv. Definitiv. Nein. Nope. Ah, lol. Das war ein Unentschieden tatsächlich. Krass. Job-Trip. Warte mal. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Name ist. Ist das ein Tennisspieler? Ich kenne nur Boris Becker, obwohl ich selber mal Tennis gespielt habe, Freunde. Schon Ewigkeiten her. Mist. Ich habe in den Chat geschaut, Freunde. Ich habe in den Chat geschaut. Egal. Ja, der Wiggler hätte eigentlich schon hier drin sein müssen, oder? Finde ich auch. Okay, Freunde. Ein spannendes Match. Wir liegen momentan klar in Führung. Knochenbauser haut da die Skills raus, ey. Hey, mach mal einen Community-Rap auf spontan. Inwiefern? Also wie gestaltet man einen Community-Rap? Aber ein Rap mit W-R. Okay, wir müssen aufpassen. Vielleicht verkackt Pause das nochmal. Gib den Chat wieder die Schuld für dein Versagen. Jasmina, das tue ich immer. Zu früh. That's what she said. Oh nee, solche Witze darf man erst ab 22 Uhr bringen, Freunde. Tanja Hain, willkommen im Stream. Gibt's auch Tage, an denen du nicht drunkest? Nee, ich bin 24-7 besoffen. Merkt man das nicht? Sind wir schon im Finale? Im Finale, lelele? Nein, wir sind nur im Halbfinale, lelele. Ciao, muss kurz was machen. Nikolaus, alles klar, wir sehen uns. Hau rein. Kennen die Geschichte, wo David Schock besoffen im Club war? Nee, kannst du die mir mal erzählen? Ich hab vier Jahre Fußball gespielt. Vier Jahre keine freie Samstage gehabt. Aber Vincent, klar, das ist hart. Aber ich finde, wenn man eine Leidenschaft hat, fühlt sich das gar nicht so lang an, tatsächlich. Oh, wir haben neue Gegner. Ah, cooler Typ. Ähm, das ist nichts anderes, nichts anderes außer Training. Keiner, keiner fängt gut an. Keiner. Oh, eigentlich würde ich mir ganz gerne Wasser rein donnern, aber es geht weiter, Freunde. Oh, ich bin so ein bisschen überfordert mit dem Match. Okay, Freunde, Peters, tut mir leid, wir bekommen das hin. Wir biegen das zu... Oh. Wir biegen das zurecht. Wie die Karosserie eines Autos in einer Autofabrik. Das war kein guter Vergleich. Ich hätte sowas wie Stahl sagen müssen oder so. Wir biegen das zurecht. Wie ein Goldschmied. Ha! Maschallah, warum war denn der so angedreht? Oh, Mann, ey. Oh, Jasminer. Leht sie mich zu einer 13. Geburtstagsfeier ein? Ich frage für ein Schulprojekt. Alter, die sind... Die rasieren mächtig, kann das sein? Oh, mein Gott. Oh. Diese angedrehten Bälle, die sind asozial... Hoi, Karamba. Oh, Mann, ey. Tim, schön, dass du hier bist. Das war ja kacke. Klar seid ihr alle eingeladen. Sehr schön. Ich muss weg. Das haben die mit uns gemacht. Das haben die mit uns gemacht. Ach, du kacke. Naja, Freunde, ich würde sagen, nächstes Turnier, oder? Wer möchte jetzt mitspielen? So, Timita hat vorhin geschrieben, wenn man Spaß in etwas hat, zieht man es so lange durch, auch wenn man schlecht ist. Und dann wird man immer besser. Ja, auf jeden Fall. Immer weitermachen, immer weitermachen. Egal, was man startet. Das ist die Kunst dahinter. Schnuri! Schön, dass du hier bist, was geht. Ja, Team auflösen und zurück zum Menü, würde ich sagen. Auf morgen, bis wiedersehen. Oh, damn! Ich sehe würde kurz Cars zumstellen! Das ist alles. Das ist alles. Das war nicht möglich. 계dig. Ja, ich habe nicht möglich. Bis zum nächsten Mal.